Ihr glaubt nicht, wie freundlich ich zu einem 1v1 herausgefordert wurde. Die Leute werden irgendwie nicht netter. Ich hab mir gedacht, ich mach das 1v1 einfach mal und schau mal, was passiert, wie der Gegner so drauf ist. Weil wenn jemand so große Töne spuckt, dann muss er ja auch was können, oder? Naja, ihr seht schon, die ersten Tore sind bereits gefallen. Und es geht eigentlich auch immer weiter in dieselbe Richtung. Am Ende übrigens werde ich ihn nochmal konfrontieren, ob er nicht meint, dass er ein bisschen dick aufgetragen hat. 6 zu 0 7 zu 0 Und jetzt bringt er den Ball sogar mal nach vorne. Aber das resultiert eigentlich auch nur im 8 zu 0. Knapp eine Minute auf der Uhr. Ich versuche nochmal ein schönes zu machen hier. Der Dribble ist drin. Und das letzte Tor der Partie ist dieser weite Ball nach vorne. Das 10 zu 0, das wollte ich noch ganz gerne mitnehmen. Sekunde 0, der Ball nochmal in der Luft. Aber hier passiert nicht mehr viel. Und hier seht ihr den Chat. Und er lief einfach nur auf meine Frage.